Noch immer gibt der Zweite Weltkrieg Rätsel auf. War die Befreiung des Duce nur gespielt? Wurden die Amerikaner vor Pearl Harbor gewarnt? Warum setzte Hitler seine gefährlichste Waffe nie ein und ließ die Briten in Dünkirchen entkommen? Wollte sein Lieblingsgeneral ihn in Wirklichkeit töten? Und Stalin nach Stalingrad Frieden schließen? Wo liegt der Goldschatz der Nazis verborgen? Die letzten Geheimnisse des Zweiten Weltkriegs, jetzt in ZDF History. 12. September 1943. Der von den Italienern inhaftierte Ex-Diktator Mussolini ist frei. Abflug vom Bergmassiv des Gran Sasso. An seiner Seite bei der Landung in Rom Otto Scorzeny. Der SS-Mann gilt bis heute als der Befreier Mussolinis. Und als der Mann, der Adolf Hitler seinen wichtigsten Verbündeten wiedergab. Dafür lässt sich Scorzeny gerne als Held feiern und verschweigt die Wahrheit. Dritter Kreuzträger, SS-Sturmbannführer Scorzeny, stellt Reichsminister Dr. Goebbels die Männer vor, die an dem kühnen Unternehmen am Gran Sasso beteiligt waren. Dabei war seine Heldentat nur gespielt. Rückblende. Zwei Monate zuvor im Juli 1943 landen alliierte Truppen auf Sizilien. Hitlers verbündeter Italien wird Kriegsschauplatz. Das führt im Land zum Umsturz. Italiens König Victor Emanuel. Er trug Mussolinis Kriegspolitik lange mit. Nach der Landung der Alliierten auf Sizilien stellt er sich gegen den Diktator. Er entmachtet Mussolini und ernennt Marschall Pietro Badoglio zum neuen Staatschef. Die kriegsmüden Italiener hoffen auf einen baldigen Frieden. Mussolini ist seit dem 25. Juli verschwunden. Ein Gefangener der neuen Regierung. In einer Ambulanz bringt man ihn an einen unbekannten Ort. Für Hitler ist die Absetzung des wichtigsten Verbündeten eine Katastrophe. Um Mussolini ausfindig zu machen, beauftragt er einen ehrgeizigen SS-Offizier. Otto Scorzeny. Der findet Mussolinis Versteck heraus. Er liegt versteckt an einem der einsamsten Orte Italiens. Nur eine Straße führt dorthin. Auf dem Bergmassiv des Gran Sasso steht ein Skihotel. Aus taktischer Sicht war die Ausfall des Ortes gar nicht schlecht. Man hatte also kaum Möglichkeiten, ungesehen an das Hotel, an diesen Verwahrort von Desdouce heranzukommen. Der Ort ist leicht zu verteidigen, wenn man dies will. Das Hotel wurde von 43 Carabinieri und 30 Polizisten bewacht. Vor allem aber gab es zwei schwere Maschinengewehre auf dem Dach des Hotels. Von dort konnte man die ganze Gegend kontrollieren und unter Feuer nehmen. 12. September 1943. Südlich von Rom starten zwölf Lastensegler. Neben Fallschirmjägern sind auch SS-Leute an Bord. Und Otto Scorzeny. Inzwischen sind Fallschirmjäger, Männer der Waffen-SS und des Sicherheitsdienstes in dem unzugänglichen Bergmassiv in den Abruzzen gelandet. Sie stürmen auf das Gebäude zu, in dem der Duce von den Verrätern gefangen gehalten wird. Der Duce ist frei. Männer des SD und der Waffen-SS sowie Fallschirmjäger haben den Auftrag des Führers erfüllt. Links neben dem Duce SS-Hauptstromführer Scorzeny, der in kühnem Raschen zu packen, den Duce... Eines ist merkwürdig. Die Wochenschau-Bilder vom Gran Sasso zeigen keine Spuren von Kämpfen. Ulrich Wegener, Ex-Kommandeur der Elite-Truppe GSG 9, analysiert das Geschehen. Das übliche Verfahren bei so einer Bewahrungsaktion wäre natürlich gewesen, dass man die Bewachungskräfte ausschaltet. Auf welche Weise auch immer. Dass man ihnen natürlich die Bewaffnung abnimmt und dass man sie isoliert. Dass man sie völlig trennt von dem Gefangenen, den sie zu bewachen hatten. Doch deutsche Fotos zeigen, die italienischen Bewacher sind noch bewaffnet. Sie posieren mit dem Duce für Erinnerungsfotos. Die italienischen Wachmannschaften waren offensichtlich schon gebrieft und waren vorbereitet darauf, keinen Widerstand zu leisten. Die Befreiung Mussolinis verlief unblutig und einvernehmlich. Keine Heldentat. Eine Schlüsselfigur spielt offenbar dieser Mann, Giuseppe Gueli. Gueli erhielt ein Telegramm aus Rom, in dem ihm empfohlen wurde, höchste Vorsicht in Bezug auf Mussolini walten zu lassen. Er erklärte dem verantwortlichen Offizier, dies Stichwort sei vorab vereinbart worden, es sei eine Anweisung aus dem Innenministerium, Mussolini den Deutschen zu überlassen und auf keinen Fall zu schießen. Doch warum geben die Italiener Mussolini ohne Gegenwehr frei? Der König hatte 1922 Mussolini die Macht übertragen und alle seine Gesetze unterschrieben. Darunter die Rassengesetze von 1938 und die Kriegserklärung. Marshal Badoglio hatte seine Karriere im Faschismus gemacht. Vor allem aber setzte er im Kolonialkrieg 1935 in Äthiopien Giftgas ein. Man hätte den beiden dafür den Prozess machen können, zu einem kleinen italienischen Nürnberger Prozess. Und Mussolini hätte mit Sicherheit über die Mitverantwortung des Königs und Badoglios ausgesagt. Die Rechnung geht auf. Mussolini regiert fortan einen faschistischen Reststaat in Norditalien. Zu einem Prozess, bei dem er seine früheren Helfer hätte belasten können, kommt es nie. Ende April 1945 exekutieren kommunistische Partisanen ihn und seine Geliebte. Unser nächstes Geheimnis. Warum eine Katastrophe nicht verhindert wird, trotz aller Warnungen. Hawaii am 7. Dezember 1941. Um 7.56 Uhr greifen japanische Flieger die Insel an. Binnen einer halben Stunde verwandeln sie den US-Flottenstützpunkt in Pearl Harbor in ein Inferno aus Feuer und Rauch, Blut und Öl. Mehr als 2400 Menschen sterben. War die Katastrophe vermeidbar? Die Frage ist, warum die Verantwortlichen nicht wachsamer und auf den Ernstfall vorbereitet waren. Darüber wird bis heute diskutiert. Tatsächlich gab es Warnungen vor dem Angriff. Stunden zuvor wird ein feindliches U-Boot in der Sicherheitszone vor Pearl Harbor gemeldet. Dafür gibt es noch immer Augenzeugen. Ich stand an der Steuerbordseite und beobachtete, was passiert. Daraus fuhr dieses U-Boot. Die Regierung in Washington ist vorgewarnt. Japan, der Verbündete Hitlers, bereitet einen Krieg gegen die USA vor. Alle Quellen, die wir haben davon, deuten eigentlich darauf hin, dass die Amerikaner wussten, dass die Japaner die diplomatische Beziehung abbrechen, dass ein Krieg unmittelbar bevorsteht, dass auch Schiffe ausgelaufen waren. Doch auf Hawaii wähnt man sich im Dezember 1941 in Sicherheit. Tausende Kilometer Wasser trennen das Inselparadies von Japan. Die Soldaten wissen von den Spannungen. Bedroht fühlen sie sich nicht. Wenige Stunden vor dem japanischen Angriff stört ein Alarm die Idylle. Das Versorgungsschiff Antares schleppte gerade eine Barkasse ab, als der Signalposten und noch andere Matrosen in der Morgendämmerung bemerkten, dass ihnen etwas folgte. Aber sie waren sich nicht sicher, was es ist. Wenn sie runterguckten, konnten sie es sehen. Was ist das? So etwas haben wir noch nie gesehen. Es hat auf jeden Fall ein Periskop. Also verständigten sie dem Zerstörer Ward, dass sie ein U-Boot gesichtet haben. Auch die Ward entdeckt das Periskop. Amerikanische U-Boote müssen in der Sicherheitszone ganz aufgetaucht fahren, deshalb feuert die Besatzung. Die Marinesoldaten sind sich nicht sicher, ob sie getroffen haben. Mit Wasserbomben wollen sie das Boot endgültig versenken. Will Lehner ist damals Munitionsträger auf der Ward. Ich sah, wie es direkt unter unserem Zerstörer versank. Direkt unter mir. So etwas hatte ich noch nie gesehen. Ein so kleines U-Boot. Die Matrosen sind sich sicher. Sie haben ein feindliches U-Boot versenkt. Der Kapitän alarmiert sofort seine Vorgesetzten. Dann macht die Ward Meldung ans Hauptquartier in Pearl Harbor. Wir haben vor der Küste Wasserbomben auf ein U-Boot geworfen. Die Nachricht nimmt ihren Weg durch die Bürokratie. An einem ruhigen Sonntagmorgen auf Hawaii. Es passiert nichts. Um sieben Uhr morgens treten die Soldaten zur Frühmesse an. Es ist der zweite Advent. Eine knappe Stunde später gehen sie zurück auf die Schiffe. Niemand warnt sie. Der Oberbefehlshaber der Marine in Pearl Harbor, Admiral Kimmel, spielt zur selben Zeit Golf. Die Nachricht der Ward liegt unbeachtet auf seinem Schreibtisch. Kein Zufall. Worauf sich die amerikanische Marine vorbereitet hat, war alles eine große Seeschlacht in der Philippinensee. Das nahm man an. Und die Amerikaner haben eben überhaupt nicht damit gerechnet. Dass die Japaner mit ihren Trägerflugzeugen heimlich nun durch tausende von Seemeilen Pazifik dampfen und dann einen Überraschungsangriff starten. Zur selben Zeit starten auf einem japanischen Flugzeugträger Kampfflieger. Sie treffen in Pearl Harbor auf einen völlig unvorbereiteten Gegner. Ein Zeitzeuge kann es Jahrzehnte später noch immer nicht fassen. Ich habe immer wieder erzählt, dass ich auf der Ward war und dass wir eine Stunde und 20 Minuten vor dem Angriff ein japanisches U-Boot versenkt haben. Die Leute fragen dann, ihr habt es versenkt? Hast du einen Beweis dafür? Meine Antwort war immer, nein, aber ich habe gesehen, wie es gesunken ist. Rund 70 Jahre später finden Forscher der Hawaii University den Beweis für seine Aussage. Ein japanisches Mini-U-Boot. Im Turm ein Einschussloch, es passt zu den Geschützen der Ward. Alles fügt sich zusammen. Die Kugel der Ward trifft das Mini-U-Boot am Turm. Es ist das Todesurteil für zwei japanische Soldaten. Hätte man die Meldung der Ward schon damals ernst genommen, wäre alles anders gekommen? Das hätte nichts geändert. Denn diese Versenkung dieses Klein-U-Bootes war kein Hinweis auf einen Angriff mit Trägerflugzeugen. Das war ja das Entscheidende, dass die Japaner überraschend mit mehreren Hundert Trägerflugzeugen angegriffen haben. Also eine Verbindung von einem Mini-U-Boot zum Trägerflugzeug war damals eigentlich nicht zu leisten. Das Versagen von Pearl Harbor war ein Versagen der Vorstellungskraft. Man kann nur vor dem gewarnt werden, was man für möglich hält. Unser nächstes Geheimnis. Warum Hitler die Engländer im letzten Moment rettete. Dünnkirchen. Der verlorene Sieg. 10. Mai 1940. Fall. Gelb. Der deutsche Angriff im Westen. Völlig überraschend brechen die schnellen deutschen Panzerspitzen in Südbelgien durch. Es ist der sogenannte Sichelschnitt Richtung Kanalküste. Binnen weniger Tage sind die alliierten Verbände in Nordfrankreich eingeschlossen. Das komplette britische Expeditionskorps steht vor der Vernichtung. Doch plötzlich lässt Hitler den Angriff stoppen. Panzer, Halt. Nur 18 Kilometer fehlen ihnen bis Dünnkirchen, dem letzten Hafen, über den die Briten sich noch retten können. Wir haben gedacht, warum geht's nicht weiter? Wir haben doch alle Mittel da, wir haben unsere Panzer da, wir können doch die Engländer alle ins Wasser schmeißen, nicht? Und dürften nicht. Als sie doch dürfen, sind die Gegner bereits übers Meer entkommen. Insgesamt 340.000 Mann. Für die Engländer das Wunder von Dünnkirchen. Es rettet auch ihren Premier. Sehr wahrscheinlich wäre Churchill sonst gestürzt worden und ein anderer wäre Premier geworden, der vielleicht mit den deutschen Frieden geschlossen hätte. Alles wäre anders gekommen. Wie kam es zu Hitlers vielleicht folgenreichster Fehlentscheidung? Warum hielt er sich nicht mehr an den Plan seiner Militärs, der so kühn und so erfolgreich gewesen war? Es war ein gewagter Plan gewesen, mit den Panzern durch den Süden Belgiens, durch das waldige Ardennengebirge vorzustoßen und die Hauptstreitmacht der Alliierten im Norden einzukesseln. Der Sichelschnitt zum Kanal ist in der Wehrmachtsführung zunächst umstritten. Mit Panzern durch die waldigen Ardennen, das scheint vielen zu riskant. Doch General von Mahnstein gelingt es, Hitler für seinen Plan zu gewinnen. Zum Dank erklärt der ihn später zu seinem eigenen Plan. Hitler wurde im Nachhinein von der NS-Propaganda als der Schöpfer des Sichelschnitts gefeiert. In Wirklichkeit aber hatte er diese Idee gar nicht richtig verstanden. Mahnstein hat den Mut zur Lücke. Im Süden liegen die Festungswerke der Maginot-Linie, im Norden die Hauptmacht der Alliierten. Der deutsche Vorstoß erfolgt dazwischen. Die Überraschung gelingt. Dabei haben Briten und Franzosen sogar mehr Panzer und Truppen als die Deutschen. Doch nicht hier. Nach drei Tagen erreichen die deutschen Panzer die französische Festungsstadt Sedan. Das letzte Hindernis an der Mars. Unter dem Bombardement der deutschen Stukas fällt die Stadt am Tag 4 nach Beginn des Feldzugs. Hitler befiehlt in Sedan eine Marschpause. Die Truppen sollen den Flussübergang sichern und Stellung beziehen. Die erste Abweichung von Mahnsteins Plan. Nach ihm muss der Vormarsch ungebremst weitergehen, bis zum Kanal. General Guderian setzt sich über Hitlers Befehl hinweg. Er lässt seine Panzer sofort weiterfahren. Der Erfolg gibt ihm Recht. Innerhalb weniger Tage erobert die Wehrmacht die französischen Hafenstädte am Kanal wie Calais und Boulogne. Dann, kurz bevor die Panzer auch den letzten Hafen erreichen, befiehlt Hitler, Halt! Die Panzer dürfen Dünkirchen nicht angreifen. Es heißt, sie sollen geschont werden. Hofft er auf ein englisches Friedensangebot, wie manche später vermuten, oder hat er ganz andere Gründe? Hitler wollte bei Dünkirchen gar nicht die Panzer stoppen, sondern die Generale. Bei Dünkirchen kam es zum allerersten und auch zum letzten Mal zu einem Aufstand des Oberkommandos des Heeres, gegen Hitler zu einer Art Machtkampf, einer Machtprobe. Und Hitler gewann sie. Diesmal gehorchen die Generäle. Guderian und andere waren ziemlich verärgert. Als Hitler erkannte, dass er einen Fehler gemacht hatte, hob er den Haltebefehl nach 48 Stunden wieder auf. Aber da war es zu spät. 48 Stunden. Ein Geschenk für die Briten. Sie ziehen sich in die bis dahin fast unverteidigte Stadt zurück und halten sie fast zehn Tage. Als die deutschen Dünkirchen einnehmen, ist der Gegner weg. Nur die Ausrüstung haben die Alliierten zurückgelassen. 340.000 Mann, Briten, Franzosen, Belgier, sind nach England entkommen. Am Sieg über Frankreich ändert dies nichts. In Deutschland wird Hitler von den Massen als der größte Feldherr aller Zeiten gefeiert. Sein kleiner Fehler vor Dünkirchen bleibt unbemerkt. Karrieresoldat oder Mann im Widerstand? War Hitlers Held beteiligt am Attentat des 20. Juli? September 1944. Der britische Nachrichtendienst belauscht gefangene deutsche Generäle. Aus den Abhörprotokollen? Rommel sagte zu mir, der Führer muss umgelegt werden. Es gibt gar nichts anderes. Der Mann muss weg. Die Männer vom britischen Nachrichtendienst glauben, sich verhört zu haben. Ausgerechnet Rommel? Er gilt den ganzen Krieg hindurch als Hitlers Lieblingsgeneral. Sollte er sich gewandelt haben? Vom gefeierten Propagandaheld zum Widerständler? Die schillernde Oberfläche, ein Medienstar in Uniform, bei Freund und Feind. Ein General, der Autogramme gibt. Er ist der Liebling der Massen, der legendäre Kommandeur des Deutschen Afrikakorps. Spitzname der Wüstenfuchs. Frühjahr 1944. Die Wehrmacht ist inzwischen überall in der Defensive. Rommel kommt an die Küste der Normandie. Er ist jetzt zuständig für die Verteidigungsvorbereitungen gegen eine alliierte Landung. Er ist nicht mehr der afrikanische Haudegen. Er ist nachdenklich geworden. Auch über das System, dem er dient. Er spricht von großer Schuld. Er sagt zu seinem Sohn, wir können froh sein, wenn wir nach dem Krieg überhaupt überleben, aber wir werden den Kopf nicht mehr oben tragen können. Er hat mir erzählt von den Massenerschießungen in Polen. Und dann auch davon, dass Juden, wie er vom Strölin, Oberbürgermeister von Stuttgart gehört hat, mit Gas umgebracht würden. Er hat auch schon gewusst, aber wie rauskommen aus dieser Situation der eigenen Staat als Verbrecher. 6. Juni 1944. D-Day. Die Landung der Alliierten in der Normandie. Ihre Überlegenheit ist erdrückend. Diese Schlacht ist nicht mehr zu gewinnen. Jetzt spricht auch Rommel von Widerstand gegen Hitler. So berichtet es später General Eberbach. Wir wissen, dass er zu einzelnen Leuten fährt und ihnen sagt, wir müssen was tun. Und dass er dabei auch zu Eberbach fährt, dass er dabei auch mit Eberbach spricht, ist eigentlich sehr logisch. Denn Eberbach war einer der wichtigsten Generäle in der Normandie. Eberbach ist der Kronzeuge für Rommels Auflehnung gegen Hitler. In britischer Kriegsgefangenschaft berichtet er nur zwei Monate später seinen Mitgefangenen. Rommel sagt zu mir draußen an der Front, es gibt gar keine andere Möglichkeit mehr, mit Deutschland noch irgendwie vernünftig durchzukommen, als dass wir den Führer und seine engste Sippschaft möglichst schnell umbringen. War Rommel wirklich im Widerstand? Das Dokument ist unter Historikern bis heute umstritten. Aus meiner Sicht widerspricht dieses Dokument allem, was wir über Rommel wissen. Es passt nicht zu seinem Charakter, es passt nicht zu seiner Bindung an Hitler und es passt auch nicht in die konkrete Situation des Juni, Juni, Juli 1944. Ich glaube, es passt schon zu Rommel, denn Rommel war ja kein statischer Charakter, keine statische Person. Der Rommel des Sommers 1944 war ein ganz anderer als im Sommer 1940. Nicht Rommel verändert sich, Rommel macht eine Entwicklung durch. 20. Juli 1944. Das Attentat auf Hitler. Es scheitert. Hitler überlebt weitgehend unversehrt und besucht Verletzte des Attentats. Sein Lieblingsgeneral ist zu diesem Zeitpunkt noch unverdächtig. Nach einem Fliegerangriff liegt Rommel selbst im Lazarett, in der Normandie. An seine Frau schreibt er. Zu meinem Unfall hat mich das Attentat auf den Führer besonders stark erschüttert. Man kann Gott danken, dass es so gut abgegangen ist. Das ist eine Absicherung. Das ist den Führer getreuen, den unreflektierten Anhänger geben zur Absicherung. Das ist für die Zensur geschrieben. Es nützt ihm nichts. Im Zuge der Ermittlungen gerät auch Rommel ins Visier des Regimes. Also zunächst ist es nicht klar, dass Rommel beteiligt ist. Auch Hitler geht davon nicht aus. Aber das Entscheidende ist wohl, dass der Name Rommel in mehreren Verhören fällt. Das ist für Rommel de facto das Todesurteil gewesen. Das heißt, er musste aus der Sicht Hitlers und seiner Komplizen am 20. Juli beteiligt sein. Das ist der zwingende Schluss. 14. Oktober 1944. Die Gestapo stellt Rommel vor eine Wahl, die keine ist. Er war hoch erregt, er war auch bleich, aber selbstbeherrscht. Die Stimme hat nicht geschwankt und auf jeden Fall erschien ihm das die günstigste Lösung. Er hat dann noch gesagt, es darf nichts über den wahren Hergang bekannt werden. Wenn hier irgendwas weitererzählt wird, ist die Familie weg. Das verschwindet spurlos. Eine Stunde später ist Rommel tot. In einem nahegelegenen Waldstück nimmt er Zyankali. Wie weit er vom Attentat wusste und daran beteiligt war, ist bis heute umstritten. Unser nächstes Geheimnis war Englands und Amerikas schlimmster Albtraum. Wäre er fast wahr geworden? Stockholm 1943. Die Hauptstadt des neutralen Schweden ist im Zweiten Weltkrieg ein Zentrum der Spionage und der diskreten Gespräche. Im Juni 1943 erhält ein deutscher Diplomat hier ein unglaubliches Angebot. Stalin sei zum Frieden mit Hitler bereit. Eine Sensation. Zwei Jahre nach dem Überfall ist die Wehrmacht in der Sowjetunion auf dem Rückzug. In Stalingrad ist eine ganze deutsche Armee in Gefangenschaft geraten. Ist das der Anfang vom Ende? Hitlers Außenminister Ribbentrop sucht nach einem Ausweg aus der Krise. Jetzt war die Frage, wie geht's weiter? Also ein langer Krieg war eigentlich klar, den würde man wohl verlieren, wie im Ersten Weltkrieg. Also lag eigentlich die Option nahe, naja, wenn wir nicht gegen alle gewinnen können, dann müssen wir eben die feindliche Anti-Hitler-Koalition schwächen, indem wir einen separat Frieden machen. Und einige wie Ribbentrop glaubten eben, naja, also wenn man sich einigen kann, dann mit Stalin. Ohne Wissen Hitlers schickt Ribbentrop einen Vertrauten nach Stockholm. Am 17. Juni 1943 trifft dieser im Hotel einen Mann mit angeblich besten Verbindungen zur sowjetischen Gesandtschaft. Edgar Klaus. Der 63-jährige Baltendeutsche hat ein Angebot dabei. Der Kreml, so Klaus, habe nicht vor, allein für den Sieg über Deutschland zu bluten, während die Westmächte sich zurückhielten. Es erscheine an der Zeit, die von den Deutschen im Osten eroberten Gebiete zum Gegenstand eines Geschäfts zu machen. Friede gegen Gebiete? Gerüchte über eine Wende im Kreml gibt es schon lange. Immer wieder beschwert sich Stalin, er sei es leid, die Hauptlast des Krieges gegen Hitler-Deutschland zu tragen. Ist er trotz militärischer Erfolge zum Frieden mit Hitler bereit? Für Stalin war die Frage, ja, ich werde gegen Deutschland wohl gewinnen, aber um welchen Preis? Also war es wirklich sinnvoll, alleine diesen langen Krieg gegen Deutschland durchzufechten? Wäre es nicht sinnvoller, Kräfte zu schonen, sich mit Deutschland vielleicht zu einigen? Und dann lassen wir Deutschland und die Westalliierten einfach weiterkämpfen und dann wäre man der lachende Dritte. Das war ja eigentlich immer Stalins Kalkül. Das Stockholmer Gespräch wird ins deutsche Hauptquartier gemeldet. Doch Hitler reagiert anders als von Ribbentrop erhofft. Der Diktator wittert hinter dem Friedensangebot nur eine, Zitat, dreiste jüdische Provokation. Er droht den Beteiligten sogar mit Strafe. Ist er blind für die Chance? Das Entscheidende bei Hitler ist einfach, dass er in diesem ideologischen Kampf einfach keinen Ausweg sieht. Es ist eben nicht für ihn ein Kabinettskrieg des 18. Jahrhunderts, bei dem man sich dann irgendwann auf ein Unentschieden einigt. Sondern es geht um alles oder nichts. Keine Kapitulation, kein Waffenstillstand, Sieg oder Niederlage. Und die Karte der Diplomatie existiert da gar nicht mehr. Außenminister Ribbentrop ist machtlos. Doch wie groß war die Chance auf einen Frieden mit Stalin wirklich? Wie seriös das Angebot von Edgar Claus? Belegt ist, Claus hatte tatsächlich Kontakte zur sowjetischen Gesandtschaft. Doch belegt ist auch, er war ein V-Mann des deutschen Militärgeheimdienstes. In Stockholm platziert von Abwehrchef Canaris persönlich. War das Friedensangebot gar nicht von Stalin? Es könnte jetzt sein, dass Canaris die Vorstellung hatte, Hitler müsse sich doch irgendwie einigen mit der Sowjetunion. Das selber initiieren wollte und die Deutschen mit sich selber sprachen, sozusagen. Es könnte aber auch sein, dass Claus einfach in der Tat substanzielle Kontakte zur sowjetischen Gesandtschaft aufgebaut hat. Und dass die sowjetische Seite mal testen wollte, wie weit kommen wir denn damit. Am Ende bleibt Stalin beim Bündnis mit Großbritannien und der USA. Mit Churchill. Und Roosevelt. Hat er je ernsthaft an einen Separatfrieden mit Hitler gedacht? Es bleibt sein Geheimnis. Unser nächster Fall zeigt, manch gut gehütetes Geheimnis könnte Gold wert sein. Frühjahr 1945. Eilig werden Züge beladen. Sie sollen letzte Kostbarkeiten aus Hitlers zerbrechendem Reich in Sicherheit bringen. Darunter auch Gold und Devisen der Reichsbank. Ihr Ziel sind die Alpen. Dass Kunstschätze in die alten Regionen verlagert werden, dass auch Teile des Reichsbankgoldes und dergleichen verlagert werden, liegt einfach an der Geografie dieses Ortes. Es gibt dort SS-Truppen, es gibt dort noch Material und so weiter. Und es ist ja auch geostrategisch und würde es ja Sinn machen, wenn man einen Endkampf führen will, den in den Alpen zu tätigen. Gegen die alliierte Übermacht steht die Wehrmacht auf verlorenen Posten. Nur die Propaganda spricht weiter von Sieg. Hier in den Bergen, so heißt es, rüsten sich deutsche Truppen für eine letzte Offensive. Die Rede ist von einer regelrechten Festung. Hitlers letzte Bastion, verteidigt von ortskundigen, fanatischen Kämpfern, koordiniert durch unterirdische Kommandozentralen, ausgestattet mit dem Neuesten und Besten aus den Rüstungsschmieden des Dritten Reiches. Der Mythos Alpenfestung ist vor allem ein Mythos. Hitlers Anordnung, eine Alpenfestung wirklich auszubauen, konkret was zu machen, ist im April 1945 getätigt worden und hat keinerlei Folgen. Auf ernsthaften Widerstand stoßen die Alliierten hier nicht mehr. Wohl aber auf versprengte SS-Einheiten und Einheimische, die von merkwürdigem Treiben in den letzten Kriegstagen berichten. Bei Nacht sollen Kisten an Hängen verscharrt, in Seen versenkt worden sein. Viele Alpenseen sind heute noch voller Überbleibsel des Kriegsendes. Ein Eldorado für Souvenirjäger. Mülleimer des Dritten Reiches ist der Spitzname für den berühmtesten unter ihnen. Der Toplitzsee bei Hallstatt. In der Nacht vom 29. April 1945 versenken SS-Männer hier dutzende Kisten. Was war drin? Womöglich Gold? Tatsächlich findet ein Taucherteam knapp 15 Jahre später, im Juli 1959, hier einen Millionenschatz. Schnell stellt sich jedoch heraus, die Papiergeldmillionen sind Blüten. Dutzende Kisten, voll gefälschter Pfundnoten, mit denen die britische Wirtschaft überschwemmt werden sollte. Doch die Legende vom Goldschatz im Toplitzsee lebt weiter. Tatsächlich finden sich immer wieder neue Hinweise und sogar letzte Zeugen. Metzler sagte mir, es sei der Rest des deutschen Reichsvermögens zu verbergen und ich hätte meine Sache bisher gut gemacht in Bongau und soll nun auch hier mithelfen. Und so fiel mir der Toplitzsee ein, der schien mir der beste Tresor zu sein, den es gab. Denn man kann wohl etwas hinunterwerfen. Man kann wohl vielleicht mit einem Taucher hinunterkommen, aber nie mehr herauf. Ein glaubhafter Zeuge? Seine Prophezeiung zumindest wird auf tragische Art und Weise wahr. Kurz nach dem Interview verunglückt ein Taucher aus München auf der Suche nach dem Nazi-Gold. Nichtsahnend macht sich zwei Jahrzehnte später der Meeresforscher Hans Fricke auf, den Alpensee zu erforschen. An tiefster Stelle misst der See 107 Meter. Der Biologe will untersuchen, was hier in der Tiefe überleben kann. Ohne natürliches Licht, ohne Sauerstoff. Ich hatte dämlicherweise mit die Geschichte von dem See nicht mitverfolgt. Hätte ich das gemacht, hätte ich mir sogar überlegt, ob ich da tauchen gehe. Und dann lief ich natürlich in die offenen Mösser der Medien. Als ich dort runtertauchte und da interessierte natürlich unheimlich wenig, was der Kerl da macht. Ob der nun Bakterien und Würmer sucht, die dachten ja, dass sie mit dem Deckmantel der Wissenschaft versehen, da ein Mensch auf Goldsuche geht. So steht Fricke von Anfang an unter Beobachtung. Nicht nur der Medien, sondern auch zweifelhafter Gestalten der rechten Szene. Schon beim ersten Tauchgang stößt er auf weitere falsche Fünfziger. Außerdem findet der Meeresforscher reichlich Militärschrott. Reste von Wasserflugzeugen, Minen der Marineversuchsanstalt, die hier am Toplitzsee stationiert war. Eines aber findet er nicht. Ich meine, welcher Mensch wäre so dumm und wirft Gold in einen See, der 100 Meter tief ist? Denn aus 100 Meter Tiefe was nach oben zu holen, das ist ein technisches Unternehmen. Das konnte man damals, 1945, schlecht machen. Da kann man das Blatt wenden, wie man will, da ist nichts. Aber das geht in die Köpfe nicht rein. Sie können den Mythos von dem Toplitzsee nicht zerstören. 2009 macht der österreichische Bundesforst den Toplitzsee zur Sperrzone. 99 Jahre lang wird es hier keine weiteren Tauchgänge mehr geben. Mit einer Ausnahme. Einmal soll der See genau kartografiert und vermessen werden. Das nämlich ist er bis heute nicht. Mindestens so lange also darf die Legende vom Schatz im Toplitzsee weiterleben. Manche Geheimnisse sind eben zu schön, um falsch zu sein. Unser letztes Geheimnis. Es geht um die einzige Wunderwaffe, die Hitler wirklich besaß und nie einsetzte. Dühernfort an der Oder, nördlich von Breslau. Was hier produziert wird, gehört zu den bestgehüteten Geheimnissen des Dritten Reichs. Unter den rund 2000 Arbeitern sind polnische KZ-Häftlinge. Sie sagten uns, ihr seid in einem Geheimkommando und keiner von euch wird hier lebend wieder rauskommen. Wenn ihr in das Hauptlager zurückkehrt, dann nur, um dort an die Wand gestellt zu werden. Keiner darf je erfahren, woran ihr gearbeitet habt. Was für ein Gas das war, wie es roch oder aussah. Ihr werdet dieses Kommando nicht mehr verlassen. Auf der Suche nach einem Pflanzenschutzmittel hat ein Chemiker der BASF 1937 ein neues Giftgas entdeckt. Tabun. Farblos, fast geruchlos. Ein Nervengas. Die Militärs sind fasziniert. Das Neue war die Schnelligkeit, mit der es wirkte. Bei Senfgas dauert es Stunden, bis das Opfer außer Gefecht gesetzt ist. Bei Tabun ist es eine Frage von Sekunden. 1939. Überfall auf Polen. Noch verfügt die Wehrmacht nur über geringe Mengen des neuen Supergifts. Benutzt wird es nicht. Auf Anfrage aus Paris und London gibt Hitler sogar die Zusage, Giftgas grundsätzlich nicht einzusetzen. Im Ersten Weltkrieg war er selber ein Opfer von Senfgas, zeitweise erblindet. Verzichtet er deshalb? Also es gibt keine einzige Äußerung von Hitler, die diesen Verdacht erhärten könnte. Hitler ist auch in solchen Dingen eiskalt gewesen. Wenn er sich von einer Sache einen Vorteil erhoffen konnte, dann hat er sie gemacht. In Dühanfurt wird für das neue Gift eigens eine Fabrik errichtet. Ziel sind 1000 Tonnen Tabun im Monat. Ein riskanter Job. Unsere Aufgabe bestand darin, das fertige Tabun in Granaten zu föhnen. Das war sehr gefährlich für uns. Zwar hatten wir Atemschutzgeräte, aber das Gas drang auch durch die Haut in unseren Körper. Es machte uns schwach und fast blind. Anfang 1943 gerät die Wehrmacht in die Defensive. In Stalingrad verliert sie eine ganze Armee. Alliierte Bombenangriffe verwüsten eine deutsche Stadt nach der anderen. Mit konventionellen Mitteln ist der überlegene Gegner nicht mehr zu schlagen. Mitte Mai 1943 lädt Hitler daher zu einer Geheimkonferenz. Soll die Wehrmacht jetzt Tabun einsetzen? Eingeladen ist der Direktor des IG Farbenwerks in Auschwitz, Otto Ambross. Otto Ambross gibt die Auskunft, dass man davon ausgehen muss. Die Alliierten verfügen auch über Kenntnisse dieser Art von Chemie. Und man muss befürchten, dass es den Alliierten gelingt, innerhalb weniger Wochen und Monate auf diesem Felde nachzurüsten. Dass sie dann auch über diese Nervenkampfstoffe verfügten. Otto Ambross irrt sich. Die Alliierten haben keine Kenntnisse über Nervengas. Doch Hitler glaubt ihm. Für einen nur kurzfristigen Vorteil will er den chemischen Erstschlag nicht riskieren. Anfang 1945 überrennt die Rote Armee den deutschen Osten. Hitler befiehlt den Siegern, verbrannte Erde zu hinterlassen. Der berüchtigte Nero-Befehl. Alle Verkehrswege, Industrie- und Versorgungsanlagen sollen zerstört werden. Auch die Giftgasfabrik in Dühernfurt wird evakuiert. Auf einmal hat der Werksleiter uns, uns Betriebsführer, zusammengerufen. Also Befehl des Führers. Die Sache muss sofort gestoppt werden. In Berlin richtet sich der Diktator auf das Ende ein. Im Bunker unter der Reichskanzlei drängt Goebbels, Tabun endlich einzusetzen. Man habe nichts mehr zu verlieren. Hitler lehnt ab. In seinem Keller dort nach einem alliierten Gegenschlag vergiftet zu werden, muss für ihn ein Horror gewesen sein. Er wollte lieber an diesem Mythos arbeiten, also heldenhaft gegen den Bolschewismus, mit der Waffe in der Hand kämpfend. Tabun kommt nicht zum Einsatz. Erst nach Hitlers Tod erfahren die Sieger von seiner Existenz. Ein ganzer Geleitzug ausgedienter deutscher Frachter fährt zur tiefsten Stelle der Nordsee, dem Skagerak. Er hat eine seltsame und gefährliche Fracht an Bord. Giftgas, das in riesigen Mengen in Deutschland gestapelt war. Seiner Gefährlichkeit wegen kann es nicht an Land vernichtet werden. Fast 300.000 Tonnen chemische Kampfstoffe lagern 1945 in deutschen Depots. Was die Alliierten nicht gebrauchen können, wird gesprengt, vergraben und auf offener See versenkt. Eine tickende Zeitbombe, wie Experten fürchten. Eine tickende Zeitbombe an der